Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß! Zappalierlöchen und herzlich willkommen! Es ist Montag, der 24.8.2020 und wir starten mit unserer Late-Night-Warp-Geflüster am Montag. in den wundervollen Tabletop-Abend hinein. Und es sind sogar noch ein paar im Chat. Ja, wunderbar! Noch so ein paar Nachtfalter. In dieser Woche gibt es einen ganzen Batzen und vor allem auch einen ganzen Batzen von Games Workshop, denn am Sonntag war ja das große Preview wieder, bei dem einmal ein großer Blumenstrauß, an unterschiedlichen Systemen von Games Workshop. Abgegrast wurden, ist beim Blumenstrauß vielleicht falsch ausgedrückt. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, nicht wahr? Ja, dementsprechend gibt es da ein bisschen was wir darüber verschnappen können und gleichzeitig gibt es natürlich noch ein, ja, prinzipiell eine Neuheit zum Wochenende, die rauskommen wird. Und, ähm, ich weiß nicht, ob heute da das, das, ich sag mal, der Release für in zwei Wochen schon angeteasert wurde, aber, ähm, auf jeden Fall ist heute was auf der Walmart Community Page erschienen, bei dem man zumindest mal ein Ründchen mutmaßen kann. Jo, das ist das, worum es heute Abend mal ein bisschen geht in der Newsrunde in dieser Woche. Und, ähm, Hallöchen Ralf, Hallöchen Geran, ähm, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt durch, denn, wie gesagt, es gibt einen riesengroßen Batzen, den es, äh, sich anzuschauen geht. Und wir starten mal mit Warhammer Age of Sigma, denn bei Warhammer Age of Sigma gab es eine ganze Menge, was gezeigt wurde. Zum Beispiel das hier, nämlich die neue Starter, nicht Starterbox, sondern die, der neue Armee, oder die neue Armeebox, diese Clembox Shadow and Pain. Ähm, Game Searcher macht weiter mit seinen Fluff, äh, Boxen, sag ich mal, und scheint auch weiterzumachen mit seinen, äh, narrativen Büchern und diese nun auch ins Zeitalter Sigmas rüberzubringen, ne? Also, wer, wer auch gleichzeitig vor Decay ein Stück verfolgt, da gab es ja, ähm, da gab es ja eine große Buchserie, die, ja, ich sag mal, prinzipiell die Welt stark verändert haben, was zur neunten Edition geführt hat. Ich bin gespannt, ob das Gleiche nun auch bei Age of Sigma ist, wo man über einen langen Zeitraum da eine ganze Menge Bücher, äh, veröffentlicht. Denn, es kommt auf jeden Fall ein neues raus, das gucken wir uns gleich auch einmal an. Und zu diesem Buch kommt eine neue Starterbox raus. Gleichzeitig lässt die Starterbox natürlich nochmal zwei Sachen zu, zu den beiden Charactern, die man hier sieht, ähm, die ich übrigens sehr schick finde, vor allem von den Daughters of Cain, dass da eine von Schlangentanten jetzt wohl als neues HQ mit dabei kommt. Und die finde ich sehr schick, wo man sicherlich mal ein Ründchen warten muss, ist, wie lange wird es dauern, bis diese Character auch einzeln erhältlich sind. Und wie schaut es diesmal mit der Verfügbarkeit der Box als solche aus? Denn normalerweise sind diese Klemmboxen ja immer relativ begrenzt. Und, äh, aufgrund dessen, dass die Character häufig in der Vergangenheit für lange Zeit nur in dieser Box drin war, war die auch super schnell vergriffen. Ähm, bei der Indomitus-Box haben sie jetzt ein bisschen eingelenkt und da nochmal ja ein zweites Printrun gemacht. Ich bin gespannt, wie das bei der Box ist. Ob es, äh, da wieder so ist, dass, äh, dass wir alle jetzt anschließend auf die Charaktere für fast ein Jahr warten müssen, oder ob man die schneller bekommt. Man weiß es nicht, nicht? Aber der neue Charakter, oder die neue Charakter-Tante, die sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice aus. Und, ähm, von Slanish ebenfalls sehr stimmungsvoll zu den Neureleases der Haddonids of Slanish. Außerdem ist es ja so, dass sowohl die Haddonids of Slanish als auch die Daughters of Cain von ihren Battletomes her relativ weit am Ende der, der Release, äh, oder dieses Release-Zyklus stehen. Sodass man natürlich mutmaßen darf jetzt, dass der Haddonids of Cain-Battletome und der Haddonids of Slanish-Battletome in nicht allzu weiter ferner sind. Das war bei allen anderen Clampacks, bei allen anderen Boxen ja genauso, dass da eine von diesen großen Boxen rausgekommen ist und kurze Zeit später dann, äh, auch schon die neuen Battletomes am Start waren. Dann, wenn ich jetzt mal nachdenke, was, was kamen denn da so für Boxen raus? Dann hatte man da die Ogamore-Tribes drin. Ja, äh, die, ich glaube, ich überlege gerade, die Ogamore-Tribes, gegen wen haben die denn gekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die bekamen ein neues Battletome. Dann hatten wir eine mit Caradour and Overlords. Die bekamen auch ein neues Battletome. Wir hatten eine mit, äh, äh, mit den Fleshy der Chords und den Skaven. Die bekamen sogar beide, äh, ein neues Battletome. Stimmt, die waren mit den, die Mord-Tribes waren mit den, äh, Bone-Reapern pünktlich zum Release. Dementsprechend bekamen die quasi auch ein neues Battletome. Seenj bekam kurze Zeit ebenfalls ein neues Battletome. Ähm, also da war ziemlich, ziemlich viel, was da dann anschließend ein Battletome mit sich gebracht hat. Ähm, nach der Knochen-Schmaus-Box, da hast du recht, ähm, Raphael, ähm, da ist es so gewesen, dass da die Charaktere rausgekommen sind. Allerdings kamen nach der Box, ähm, direkt alle Charaktere der letzten ein bis anderthalb Jahre raus. Das heißt, die, die erste Box, die halt rauskam, ähm, bevor die Charakter einzeln released waren, die hatten super lange ihren Charakter nicht. Richtig, Sylvaneth mit Gloomspite Gitz gab's auch ein wundervolles Clamp-Pack, ähm, das eigentlich zum Sylvaneth-Release rauskommen sollte, aber da gab's ja dann Verzögerungen. Und, äh, Sylvaneth-Spieler mussten ja ein Jahr auf ihren Charakter quasi warten. Und, äh, ich meine bei den Flashy Decords und, ähm, die Skaven, die mussten ebenfalls super, super lange auf ihre einzelnen Charakter warten. Ähm, dementsprechend ist es jetzt natürlich so ein, ja, müssen wir abwarten. So rum ist es vielleicht besser formuliert. Müssen wir abwarten, wie lange wird's dauern, bis diese beiden Charakter aus dieser Box dann einzeln erhältlich sind, ne? Macht man's jetzt wie bei der letzten Box, dass man sagt, okay, nach drei Monaten, zwei, drei Monaten hast du die Charakter einzeln da? Ja, oder wird die zeitliche Exklusivität dieser Charakter natürlich auch bei Games Workshop als, ähm, ich sag mal, als Verkaufsargument genommen, dass man die Box mal dringend holen sollte? Und, ähm, das wird, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden müssen, denn da muss ich sagen, da haben wir selbst als Händler keinen wirklichen Überblick, wann und wie da jetzt die nächste Release-Politik von Games Workshop ausschauen wird, sondern, äh, das ist, äh, bei uns geht auch so ein, ja, Glaskugel lesen wie bei allen anderen. Ähm, was finden wir denn da noch drin? Bei den Headernets of Slanish ist, ne, Standardkost klingt so abfällig, ist gar nicht so gemeint. Ähm, das heißt, ihr habt da einmal die ganz normalen, ähm, Dämonetten drin, ihr habt allerdings, und, äh, einen, einen hier, so ein Schredder, Rasenmäher in groß, von der Dämon-Seite her, ihr habt da allerdings auch einiges drin, das seht ihr da, zweimal die Reiter, die aktuell nur im Mail-Oder-Slot drin sind, ähm, von den, ja, ich sag mal, so, diese Kultisten, die auf den Fiends rumrennen, was ich sehr cool finde, denn die sind ja jetzt nicht so die typischen Einheiten, wo man vielleicht auch aufgrund des, des Hekaks, wenn man mit dem Mail-Oder-Slot vielleicht ein bisschen gewartet hat, hole ich mir die jetzt, packe ich die mit in meine Armee rein oder nicht? Und in der Box sind sie drin, das finde ich schon sehr schön. Ähm, und auf Seiten der, ähm, Daughters of Cain, klar, ne, also was auf jeden Fall rein muss, äh, und was drin sein sollte, das sind dann die Schlangen-Damen, aus dem ganz einfachen Grund, und das, das macht auch Sinn, wenn der Charakter in die gleiche Richtung geht. Und, ähm, dann noch die Kinnerai, klar, die, die packst du auch mit rein, sicherlich als Games Workshop, aus dem ganz einfachen Grund, weil die sind sicherlich nicht die großen Verkaufs-Hits gewesen. Die Modelle sind sehr schön, aber die sind nicht so, hm, wie sag mal, nicht so durchschlagstark, dass die wahrscheinlich einfach in jeder Armee mit dabei sind. Und, äh, ja, ansonsten, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Bild hier irgendwie, äh, irgendwie, ja, ich sag mal, pausiert bekomme. So, wie kriege ich denn hier alternativ eventuell mal eine Datei raus? So, nämlich, ich muss mal die beiden Charakter mit rausnehmen, denn ich möchte mal auf ein Ding eingehen hier mit euch zusammen, was mir hier beim Anschauen aufgefallen ist. Und zwar, wenn ihr euch jetzt das Bild anseht und ihr geht oben zu diesem Rasenmäher hin und von dem Rasenmäher aus geht's dann mal ein Ründchen nach links rüber, da guckt ein großes Schwert raus, bei dem man so etwas wie eine Base vermuten könnte. Wenn man von dem ausgehend dann nochmal weiter nach links rüber geht, dann ist da ein großes schwarzes Irgendwas dabei, bei dem es unten ebenfalls so ausschaut, als wenn eine Base mit dabei wäre. Und links neben den Modern War Dancer und links neben den, ähm, ja, ich sag mal, neben dem unteren Fünfer-Trupp-Schlangen, da steht so ein Kelch oder so ein Gefäß, so ähnliches, bei dem man auch eine Base vermuten könnte. Und meine Hoffnung, als ich die Teile gesehen habe, war, dass die Daughters of Cain eventuell mit einem neuen Battletome und dem Ganzen, was sie ja an, ähm, jetzt mal an Priesterinnen etc. haben, dass die jetzt keine Endless-Belts bekommen, obwohl die ja auch gut zaubern können, aber dass die vielleicht auch so etwas Ähnliches bekommen, wie andere Völker, so eine Form von, ähm, von Gebetssachen, die sie manifestieren können. Ich sag mal, analog zu den, äh, zu den Blades of Corn. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, denn bei den Caradon Overlords, gut, ne, da waren auch so ein paar Sachen im Hintergrund bei der Clambox, wo man die Idee hätte haben können, ja, guck mal hier, eventuell kriegen die doch ein Geländestück oder bekommen die ähnliche Sachen. Und da war es dann, äh, nur, nur, ich sag mal, Scenery als solches. Aber bei denen hier, da, dadurch, dass das ausschaut, finde ich, als wäre es auf einer Base, lässt es natürlich auch die Vermutung zu, ja, eventuell ist da ein bisschen mehr noch mit dabei. Da müssen wir uns auch überraschen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig über ein neues Daughters of Cain Battletome freuen. Ähm, auch wenn ich mit dem aktuellen jetzt noch nicht so viel gespielt habe, aber der Stefan ist quasi so langsam, aber sicher mit der Bemalung unserer Studio-Ormeda fertig geworden und das ist schon mal eine ganz coole Kiste. So, jetzt kommt allerdings ein kleines Aber mit dabei. Wie schaut das aus? Ist das wirklich ein Indiz für ein neues Battletome oder nicht? Denn, ähm, ich hab's ja vorher schon gesagt, wer auch Worm of 40K verfolgt, der wird eventuell die ganzen Fluff-Bücher da mitbekommen haben, ähm, die, die über lange Zeit eigentlich das Ende der achten Edition eingelenkt haben oder eingeläutet haben und ein Übergang, ein Story-Übergang zu einer neuen Edition sein sollte. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass Games Workshop die Sachen ja häufig an, an wichtigen Story-Elementen festmacht, dann scheinen sie doch beim Preview zumindest schon mal den, ja, ich sag mal, den Anstoß in Richtung Age of Sigmar dritte Edition gelegt zu haben. Auch wenn die jetzt noch nicht in den nächsten Monaten rauskommen muss, ne, aber die Storyline zumindest schon mal dahin zu bringen. Denn in der ersten Edition von Age of Sigmar, da musste sich Sigmar zusammen mit seinen, äh, Stormcast Eternals behaupten, die Ländereien mussten zurückerobert werden und am Ende war dann klar, am Ende dieses Zykluses Age of Sigmar Edition 1, dass die Welt langsam wieder bevölkert werden konnte und, ähm, dass dementsprechend das Reich langsam wächst und wieder zu einem, äh, ich sag mal, vollwertigen Fantasy-Reich werden konnte. Dann gab's allerdings Meline Portons als Storybuch mit dabei, bei dem dann Nagash doch ziemlich angepisst war, dass vor allem aus Scheisch-Seelen von Sigmar einfach wieder in die, äh, Sigmarins reingepresst wurde und er dann mit seiner großen, äh, mit seinem großen schwarzen etwas für, ja, äh, dafür sorgen wollte, dass er die Seelen doch wiederbekommen, nicht? Ja. Und schwupps, schon hatten wir Age of Sigmar Edition Nummer 2 und, äh, die Geschichte wurde weitergeführt und weitergeführt und ist prinzipiell jetzt fast bei einem Ende, denn, ich sag mal, diese beiden Konfliktherde, die sind nicht ausgetragen, logischerweise, ne, also, die Menschen leben in der Fantasy-Welt nicht einfach alle in Frieden und Ende der Geschichte und auch bei Nagash ist nicht alles, äh, geregelt, aber es wurde schon eine Zeit lang angekündigt, nämlich seit dem Daughters of Cain, äh, Battletoam ist ja die Geschichte der Elfen immer, immer, äh, weiter auch mit in den Vordergrund gerückt und hat jetzt quasi so eine Form von Höhepunkt bei den Luminous Realm Lords ja bekommen, denn, ähm, abgesehen von wenigen alten Fraktionen und Charactern, die es aus Fantasy zu Age of Sigmar geschafft hat, sind jetzt alle spielerisch präsent, aber sind auch in dieser Lore jetzt mittlerweile wieder präsent. Und jetzt kommt Games Workshop und packt zu dieser Box, die wir uns gerade angeschaut haben, etwas dazu, nämlich ein Fluff-Buch, Morathi. Zum einen kann man natürlich sich überlegen, ob, ja, ähm, ich sag mal, ob, ob das auch eine Reihe wird, denn dieses Buch heißt zwar unten Morathi, ihr seht's, aber Broken Realms klingt dann doch schon so ein bisschen, äh, ne, wie, ähm, wie das Äquivalent bei Warmer 40k, ähm, ich weiß nicht jetzt gerade, wie es da nochmal hieß, äh, Psychic Awakening, genau, richtig, psionisches Erwachen. Warmer Age of Sigmar bekommt jetzt die Broken Realms und die werden dadurch eingeläutet, dass Morathi für sich selber die Idee hat, okay, die elfischen Götter, die sind wieder deutlich präsenter in unserer Welt, ähm, vor allem auch dadurch, dass Teclis und, äh, Konsorten auch wieder da sind und, äh, es sogar schaffen, Berge zu erwecken. Und wenn die elfischen Götter da sind, dann ist jetzt Morathi nicht unbedingt die bescheidenste. Sie wäre auch gerne eine Elfengöttin. Und darum wird's in dem Buch, in dem ersten Teil von Broken Realms, denn, äh, äh, das haben sie schon dabei geschrieben, Broken Realms ist nicht ein Buch, sondern, äh, das, das wird, äh, der neue Geschichtenstrang werden, ähm, in dem möchte Morathi gerne aufsteigen zur Elfenkönigin und komme, was da wolle. Und alle, jedes Mittel ist recht dazu, ne? Und das sorgt natürlich dafür, dass ein komplett neuer Konflikthert aufgemacht wird, ähm, im Zeitalter Sigmas, sag ich mal. Ja, und, äh, dieses Eröffnen eines neuen Konflikters ist natürlich ebenfalls eine Eröffnung dafür, dass man sagt, wir verabschieden jetzt langsam die neue Edition oder die alte Edition Age of Sigma und werden 2021, äh, eine neue Edition von Warm Age of Sigma rausbringen. Die alte Edition ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt. Das heißt, nach drei Jahren wird eine neue Version rauskommen. Das ist jetzt nicht, ähm, ähm, wenn ich mir die anderen Releases angucke, jetzt nicht unbedingt ganz so atypisch, drei bis vier Jahre. Äh, es ist ja in der Regel, dass das so eine Edition im Moment bei, bei Games Workshop hält und dann auch einfach mal wieder glatt gebügelt werden sollte aufgrund der vielen neuen Releases. Und wenn jetzt zumindest von der Geschichte her der Grundstein gelegt wird, dann kann man natürlich schauen, was einen da so erwartet. Ähm, sollte das so sein, sorgt das allerdings natürlich auch dafür, dass man jetzt gucken muss, werden wir da noch für diese Fraktion neue Battletomes bekommen oder nicht? Denn, äh, da analog einfach, wenn wir uns Warm of 40k anschauen, da gab es bei den vielen, vielen neuen Einheiten, die rausgekommen sind, keine neuen Regelbücher für die jeweilige Fraktion, sondern man bekam quasi einmal das Psychic Awakening bei 40k oder würde jetzt ein Broken Realms Buch bekommen für, äh, für die Fraktion, die man selber spielt und jetzt gerade mit neuen Minis versehen wird. Und das dauert dann an, bis die neue Edition rauskommt und dann werden neue Battletomes geschrieben, die auf die jeweilige Edition passen. Das ist natürlich alles, ne, ganz warm, ihr kocht eine Gerüchteküche von mir. Aber man, man darf es natürlich auch nicht von der Hand weisen, ne. Vielleicht ist es auch nur ein nettes Geschichtenbuch, was Games Workshop rausbringt und sagt, ja, ne, hier habt ihr eine Geschichte und wir nennen das Ganze Broken Realms und machen da vielleicht eine Serie raus und tra-ri-tra-ra. Aber es würde zumindest nicht zu dem, wie Games Workshop in den letzten Jahren, äh, die Spielsysteme gestrickt hat passen. Äh, vor allem nicht, wie sie Age of Sigma gestrickt haben, denn gerade auch bei Age of Sigma ist es ja, wie gesagt, finde ich, noch viel, viel enger verbunden, dieses, dieses Geflecht aus neuer, einschneidender, ähm, Geschichtenstränge und einer neuen Edition, ähm, was ja auch cool ist, ne, weil ich finde gerade bei Age of Sigma, da hat die Welt, die sie drumherum gestrickt haben, jede Menge an Profil gewonnen und man hat jetzt, äh, nicht mehr dieses, wir haben hier zwei kleine, drei Luftblubberchen, herzlichen Dank, Torben, ähm, wo dann sowas wie eine Fantasy-Welt mal drauf ist und man darf sich das dann vorstellen, als wäre es was und man geht durch die Realm Gates. Nein, Games Workshop hat ja über viele Jahre hinweg jetzt schon zusammen mit den Autoren dafür gesorgt, dass man wirklich wieder eine richtige Fantasy-Welt hat, mit Städten, mit, äh, Fraktion und, und, und. Und da allerdings noch nicht alles implementiert, was früher bei Fantasy dabei war. Das heißt, das, das, das Land und die Völker entwickeln sich immer noch weiter, bis man irgendwann auf so einem Status ist, dass ab dann nur Geschichten, nur in Anführungsstrichen, ne, Geschichten irgendwie erschärfen werden und dementsprechend ist es natürlich auch naheliegend, dass die, dass die neue große Geschichtshappen immer mit einer neuen Edition noch verknüpfen, ne, denn irgendwann hat sich halt so eine, äh, ja, ich sag mal so eine, so eine Edition auch platt gespielt. Dann, wenn, wenn zu viele neue Regeln mit dabei bekommen, dann, dann wird's irgendwann wir, ich finde, das bekommen sie bei, äh, 40k nicht so gut hin wie bei Age of Sigma. Bei Age of Sigma, finde ich, bekommen das deutlich, deutlich besser geregelt, dass, äh, dass man auch nach vielen Jahren die Edition auch gut spielen kann. Aber nichtsdestotrotz macht's natürlich Sinn, einmal dann alles zu evaluieren, wie sind die einzelnen Regeln und auch zu gucken, wie sind die einzelnen Regelmechanismen und da was Neues rauszubauen. Ähm, gleichzeitig bei den Büchern ist es so, dass das immer ein sehr langer Prozess ist, bis das letzte Buch raus ist, denn zumindest bei 40k, für die, die das da nicht mitverfolgt haben, da war's so, dass für jede Fraktion quasi, nein, dass jede Fraktion in den Büchern vertreten war und da hatten sie, meine ich, fünf oder sechs Bücher, bevor dann die neue Edition rausgekommen ist. Ja, das war für mich auf jeden Fall, sowohl das Shadow and Pain, aber vor allem auch das Murathe, waren für mich die großen Kicker bei dem Preview, muss ich sagen, ähm, denn Age of Sigma, finde ich, einfach großartig als Spielsystem und ich mag diese Welt immer mehr und je mehr die da an Geschichten mit dabei schreiben, desto mehr wächst mir das Ding ans Herz und finde es da großartig, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie das vom Mechanismus her dann da machen. Bei Age of Sigma bleiben wir nämlich auch noch mal kurz, denn, ähm, das ist jetzt allerdings ein Teil von heute. Heute hat nämlich Games Workshop, äh, einen Bericht über den Meister hier, den Stoneheart King, über die Warmer Community Page veröffentlicht und das ist ja einer der großen Barbos im Feinen Lumineth Club. Es wird viel über die Lore da geschrieben und wie schaffen denn die Elfen das überhaupt so einen Berg zu erwecken? Was sollen das? Ja, und wir haben den 24.8. und im September sollen die Lumineth Realm Lords erscheinen. Das heißt, wenn die jetzt heute am 24., also am Montag, äh, quasi anfangen rauszuhauen, das und das ist die Lore der Lumineth Realm Lords und, äh, das an dem Montag der Woche, wo man natürlich nicht weiß, was passiert am 30., was wird da angekündigt, als könnte er bald bekommen, ähm, und an dem 30. gezeigt wird, was man am 5. September bekommt, dann ist es natürlich jetzt nicht so weit herzudenken, dass wenn jetzt die ganze Lore von den, äh, Einheiten erzählen, die noch nicht raus sind von den Lumineth Realm Lords, das dann am Ende dieser Fluff und Geschichtenerzählwoche, dann, äh, am Sonntag dann dabei steht, äh, yippie-kir, ab, ab, ab dem 5. könnt ihr die Lumineth Realm Lords vorbestellen und, äh, dann geht's dann, ja, ich sag mal, da sind wir auch schon mitten im September, ne? Am 5., was haben wir denn? Am 12., dann würden am 12. die, äh, Realm Lords rauskommen. Das klingt jetzt nicht nach, äh, nach Hexenwerk, das klingt auch nicht nach, äh, zu weit hin, äh, hergeholt. Ich bin da gespannt, aber ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass mit dem Spoiler heute die Fluff-Woche für die Realm Lords angefangen hat und dann, äh, am Sonntag das Release kommt und wahrscheinlich dann die nächste Woche dafür genutzt werden kann, um neben dem Fluff dann langsam auf die Regeln einzugehen. Wir dürfen auf jeden Fall auf Sonntag gespannt sein, nicht? Denn an diesem Sonntag wurde für jetzt Samstag was ganz anderes angekündigt, nämlich Blackstone Fortress. Und bei Blackstone Fortress ist es so, da ist mit der jetzt angekündigten Box ist das Spiel quasi, ähm, fertig, muss man sagen. Ja, fertig passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, das Ascension wird das letzte Add-on sein für Blackstone Fortress und, äh, wird die Geschichte um diese Festung zu einem Ende führen. Und wie das denn effektiv aussieht, das müsst ihr natürlich, ähm, ja, ich sag mal, auf dem Spielfeld und auf dem Schlachtfeld entscheiden. Ähm, aber die kleinen Wächter-Drohnen, die schon im Basisspiel drin sind, die sind offensichtlich, die haben Mama und Papa mitgebracht. Und die scheinen wohl nicht nur total happy zu sein. Und die kleinen Spindle-Drohnen. So, ich muss es mal kurz vertrinken. Zack. Was man natürlich da sagen muss, ich hoffe, dass, obwohl, genau, und ein kleines Baby, ja. Ich hoffe, dass, obwohl jetzt, äh, dann Blackstone Fortress zu Ende ist, dass das System trotzdem noch lange einmal erhalten bleibt. Und nicht nach dem letzten Release dann sich schleichend komplett aus dem Programm entfernt. So, wie das mit den Fantasy-Versionen von, äh, von, äh, Warmer Quest passiert ist. Aber, dadurch, dass jetzt erst noch mal ein Release da ist, hat man auf jeden Fall noch einige Zeit. Das heißt, wenn ihr Blackstone Fortress noch nicht habt, dann ist jetzt sicherlich ein ganz guter zeitlicher Moment, um dann am Samstag auch in Blackstone Fortress vielleicht dann mit vorzuordern. Oder zu ordern. Ähm, denn das ist als Spielsystem sehr, sehr cool. Es hat richtig viele, richtig viele Erweiterungen bekommen. Ähm, und das bei einem Tabletop-Hersteller, die haben da ein echt gutes, gutes Brettspiel entwickelt. Mit schicken Minis, aber auch einem coolen Spielmechanismus. Insofern, da kann man sicherlich nicht viel mit verkehrt machen. Und, äh, da jetzt quasi das Final Chapter, der Endboss, angekündigt ist, ist man da auch sicherlich noch an einem guten Punkt, womit man da starten kann. Jo, da die Blackstone Fortress im 41. Jahrtausend spielt, sind wir sicherlich jetzt auch nicht ganz verkehrt mit Warma 41K. Ich meine, eigentlich steht da noch Warma 40K, aber man ist ja zumindest in der Geschichte noch mal 100 Jahre nach vorne gehuscht. Und, äh, da wurde ein weiterer Necron angekündigt. Und bei dem Necron, muss ich sagen, da ist die Optik natürlich jetzt wieder Geschmackssache, um so auszudrücken. Ich, ich finde im Prinzip sieht der ganz cool aus. Allerdings, äh, vor allem auch deswegen, weil der so ein paar Sachen mitbringt, die, ähm, die Games Workshop in Videospielen sich angeschaut hat und bei sich selber und ich die Inspirationsquellen auch mag. Also wir haben den Sam Fisher Necron, der jetzt allerdings mit, äh, grünen Nachtsichtlinsen nicht geizt und einfach mal sie mitgebracht hat und, äh, gleichzeitig noch ebenfalls ins Age of Sigma gereist ist, um den Storm Fiends mal das Backpack mit lauter Kabeln und 10 Millionen Waffen zu entlocken. Jo. Außerdem waren auch bei den Deathmarks, um dafür zu sorgen, dass er auch reinschauen darf. Äh, den Trader, den finde ich ganz lustig gemacht. Mit diesem, äh, leicht angehauchten Western-Style dabei. Ähm, ja, ja, ansonsten muss man halt schauen, ob man das Modell mag oder nicht. Ich bin gespannt, was er kann. Mit ein paar Pistollchen reinschauen, dann zwölf Zoll schießen. Das wird wahrscheinlich ein ganz lustiges Ding sein. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass so ein paar Sachen, die von mehreren Necrons bis jetzt erledigt werden, dass die umgeswitcht werden zu offensichtlichen Einzelmodellen. Also schon ein Assassine zu sein, der mit vielen Pistolen viel in der Gegend rumschießt. Jo. Nur, wie gesagt, die Inspirationsquellen. Als allererstes, ich hatte ein Storm Fiend von Age of Sigmar von der Skaven im Kopf. Ich muss mal so sagen, trinke die. Ist warm. Warm. Ich werde von Vitex nicht bezahlt, also ich das jetzt in die Kamera gehalten habe, übrigens. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Von irgendeinem Lebensmittelladen. So. Meine Frau kauft nämlich bei uns immer ein. Ich darf hier nicht einkaufen, denn ich kaufe nicht immer nur viele teure Minis ein, sondern beim Essenseinkaufen sieht es leider genauso aus. Ich mag gerne schöne Sachen. Beziehungsweise nein. Ich mag gerne doch tolle Sachen und wenn ich die Sachen dann habe, dann sind es irgendwie immer die nicht günstigsten. Ich weiß nicht. Irgendwas mache ich da total verkehrt. So. Damit huschen wir mal zurück zu 40k, denn auch da ist ja immer der Preistrumpf nicht. Damit man den Necron auch gut stellen kann und man den toll in Gelände verstecken kann, hat Games Workshop eine neue Geländebox angekündigt. Zack. Vertigus heißt sie. Und sieht so ein bisschen aus wie der große Bruder von der Befehlshaber Schlachtfeld Box. Zusammen mit dem Teil hier zum Beispiel. Mit so ein bisschen was an schickerem oder schickerem neuem Gelände mit dabei. Ähm. Finde ich alles optisch sehr schön. Finde ich sehr stimmig. Passt alles ganz großartig dazu. Ähm. Das einzige, was ich mir nach wie vor von Games Workshop mal wünschen würde, wäre sowas wie, äh, wie richtige Gebäude. Denn, äh, da kommen ja im Moment nur Ruinen raus. Auf der anderen Seite. Ich weiß nicht. Doch, natürlich könnte man die noch machen, ne? Und, äh, bei 40k, bei dem alten Geländeset, da war es ja auch so. Da hatte man die fertigen Wände mit dabei. Du konntest die richtigen Gebäude machen. Man hatte relativ schöne und flexible Arten und Weisen, wie man es da zusammenschieben möchte. Das scheint immer noch im Weiterfeld zu sein. Die Welt liegt in Schutt und Asche und in Trümmern. Dementsprechend gibt es vor allem Ruin, Ruin, Ruin. Ähm. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, das war bei dem Set allerdings, wo sie dabei geschrieben haben, dass man das gut mit einigen schon vorhandenen Sets ergänzen kann, weil man damit dann zumindest als Footprint, ja, ich sag mal, ein irgendwann mal existierendes Gebäude in dieser Welt von 40k nachbauen kann. Aber mehr Gelände ist sowieso immer gut. Und da Games Workshop unfassbar lange kein Gelände hatte und vor allem auch unfassbar lange kein gutes Gelände mehr für 40k hatte. Mag ich da gar nicht groß mobsen, denn ich finde es zumindest schon mal gut, dass da wieder einiges an Gelände nochmal nachkommt und man dementsprechend ein bisschen was in Auswahlen mit dabei hat. Jo. So, kommen wir nochmal ein letztes Mal zu 40k. Ich glaube, also jetzt kommt so ein Thema, um das wollte ich mich drücken, denn ich dachte mir, komm, machen wir heute mal ein schönes, positives Schnackelchen am Abend zum Thema Tabletop. Aber Games Workshop hat beim Preview etwas gezeigt, bei dem ich Zähne, Knie schon bekommen habe. Zap! Bücher, Bücher, Bücher für warmer 40k. Yay! Na, endlich wieder. Ich meine, schön, dass auf dem Crusade-Ding so ein altes Requiem-Cover der Necrons drauf ist. Ähm, aber da ist schon wieder ein Chapter-approved. Und ein Crusade-Mission-Pack. Wobei das Crusade-Mission-Pack könnte ich mir noch gut vorstellen, ist für den Crusade-Modus. Ist schön, sind neue Missionen drin. Bei dem Master Terrain to control the battlefield. Tactical Deployment. Wenn es sich bei dem Ding ausschließlich um neue Missionen handelt. Knorke. Das Einzige, was mich halt an dem anderen Ding, Hallöchen, dicke Okkulüten. Ähm, was mich da ein bisschen irritiert, ist, dass da oben drüber Chapter-approved steht. Denn Chapter-approved ist normalerweise für Games Workshop immer die Publikation, wo Regeln umgeschmissen, neu formuliert und sonst irgendwas mitgemacht wird. Und, ähm, die aktuelle Warhammer 40k-Edition ist jetzt viereinhalb Wochen alt. Und, ähm, es gab vier PDFs bislang. Und wenn dann jetzt wieder schnell noch ein Chapter-Proof plötzlich nochmal oben drauf kommen sollte, dann wäre das eigenartig. Ähm, ja. Wenn es jetzt nur ein Missionsbuch ist, was für mehr spielerische Varianz sorgt, bei denen, die da Bock drauf haben, wäre es super. Ich, äh, hoffe, es ist auch genau so zu handhaben. Ähm, auf der anderen Seite ist auf jeden Fall, äh, es fängt wieder an, nach kürzester Zeit allerdings, wo ihr euch als Spieler überlegen müsst, wie viele Bücher verträgt mein Hobby und wo mache ich denn dann mal einen Schnitt. Ähm, jetzt muss ich mal kurz erzählen oder erzähle ich mal kurz, wie wir das bei uns ab jetzt bei den Videos handhaben werden. Denn ich wollte eigentlich die Videos schön zum Sonntag fertig haben. Ähm, allerdings, äh, ist es so, dass wir, wir filmen jetzt mit zwei Kameras auf der Kamera, wo der Ton drauf ist. Das hat alles geklappt, aber irgendwie ist auf der Kamera eine Datei drauf. Und wenn ich die auf den Rechner überspiele, sind da plötzlich 13 Dateien, die dann anschließend dieses zweieinhalb Stunden Master-File ausmachen. Und die müssen erst gerendert werden. Das dauert Zeit, deswegen habe ich das leider am Wochenende vor dem Geburtstag meiner Sohnemanns nicht hinbekommen. Jetzt im Anschluss ans Warp-Geflüster werde ich noch ein bisschen schneiden wollen, wird geschnitten. Die werden Videos kommen, denn wir haben zweimal Warp-40k gedreht. Und, ähm, da ist es auch nochmal in der Anmoderation drin. Wenn ihr das jetzt schon gehört habt, dann könnt ihr es da einfach überspringen. Oder ihr guckt es euch trotzdem noch ein zweites Mal an. Wir werden das in der neunten Edition ein bisschen anders handhaben, was den Riegelwust und Wahnsinn angeht. Den Games Workshop gerne mal ihrem Warp-40k, ähm, ja, zugute tut. Oder wie man es auch immer ausdrücken mag. Und zwar ist es so, dass wir in der achten Edition, da zumindest auch gegen Ende, und da werden sicherlich einige unserer Gäste auch, äh, sich an den Kopf fassen und, äh, dabei pflichten können. Da war es so, dass wir in der Regel uns mit unseren Gästen während des Essens und da vor und danach streckenweise 45 Minuten zusammengesetzt, äh, gesetzen, oder gesetzt haben, setzen mussten, wie auch immer, um auf einem Regelstand zu sein. Denn, ja, ich sag mal, durch die vielen PDFs, und das ist durch die Umfrage, glaube ich, von, vom Warp-Geflüster von vor zwei Wochen sehr klar geworden. Da habt ihr ja auch viel drunter geschrieben, wie ihr bei euch zu Hause spielt, und, äh, wie relevant so manche Sachen für euch da sind. Ähm, das ist auch deutlich, es ist nicht so, dass alle, immer alle PDFs mitgehen, und es gibt sogar Leute, die nur aus diesem Buch heraus spielen. Und, ähm, das sorgt natürlich dafür, dass, wenn man dann als Gast zu uns kommt, dass es dann schon mal sehr unterschiedliche Regelstände sind von dem, wie denn jetzt jemand spielt. Und, auch das muss jemand ja dabei sagen, prinzipiell spielt dann keiner als solches falsch, weil es ist für jeden das gute Recht zu sagen, ich möchte immer nach allen geupdateten Regeln spielen, da ich davon ausgehe, dass dadurch das Balancing großartig geworden ist, oder zumindest angeglichen ist, bis dann ein neuer Exploit gefunden ist, und es ist ebenfalls vollkommen legitim und ebenfalls regelkonform. Wenn man sagt, ich hab mir ein Buch für 50 Euro geholt, und gehe doch mal davon aus, dass da, äh, mir keiner in der Tasche gelogen wurde, wenn er gesagt wurde, da wurden 10.000 Spielstunden als Test reingestellt, das wird doch mal irgendwo Hand und Fuß haben. So, und da es da kein richtig und falsch gibt, werden wir das in der neunten Edition so machen, dass wir kurz uns drüber unterhalten mit den Gästen, okay, wie macht ihr Situation A oder B, und wenn wir bei irgendeiner Sache uns enorm unsicher sind, denn das war so ein zweiter Teil, der vor allem mit Gästen beim Drehen immer sehr, sehr viel Zeit zum Schluss hat in Anspruch nehmen müssen. Äh, wenn man sich unsicher ist, wo habe ich jetzt gerade welche Riegel aufgeschnappt? Dann, äh, werden wir in Zukunft einen Würfel werfen, wenn man die Quelle als solch nicht hat, denn, ähm, vielleicht, damit das für euch ein bisschen klarer ist, ne, dann, dann hatten wir irgendeine Situation im Spiel und dann, ja, aber jetzt muss das doch so und so sein und dann hatte die andere Person aber die Idee, nee, es muss so und so sein und keinem war mehr genau bewusst, aus welcher PDF oder ob aus dem Regelbuch oder woher man jetzt gerade diesen Teil hatte oder von der Warhammer Community Page, weil ja überall ganz, ganz viele unterschiedliche Regelhappen da sind. Und wir werden das ab jetzt so regeln, entweder wir haben nach 5 Minuten diese Regeländerung aus dem Regelbuch gefunden oder wir machen das so, dass wir dann würfeln und, äh, einer bekommt die Zahlen gerade, der andere bekommt die Zahlen ungerade und fertig ist das Ding. Denn, da, das hat zum Schluss so lange aufgehalten und es hat vor allem aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat bei uns ganz häufig dazu geführt, dass wir dachten, okay, wir spielen unfassbar gerne Boat Action, wir spielen unfassbar gerne Warhammer Age of Sigma, wir spielen gerne Star Wars Legion und in dem Moment, in dem Warhammer 40 Care auf den Tisch kommt, ist der Spaß bei uns weg und wir sind nur noch am Arbeiten und das ist ja schade, denn wenn wir Offcoming gespielt haben, dann war es für uns immer ein sehr, nach wie vor sehr schönes Spiel, ein sehr entspanntes Spiel, ähm, da wir einfach, wenn wir jetzt dann irgendwie mal eine PDF gerade nicht gefunden haben, dann haben wir ins Regelbuch geguckt und selbst wenn das dann nach PDFs für die Wurst war, konnten wir eben schnell weiterspielen und hatten keinen großen Riegelstress und Riegelwahnsinn mit dabei. Der gute alte 4 Plus Wurf, genau, Access, ja. Und, ähm, das Gleiche war dann auch, da taten mir auch dann die Gäste jedes Mal leid, weil ich mir auch dachte, ich, äh, komme mir da vor wie so ein, so ein, äh, Regelpieps, ich, ich piepse mal raus, sonst gibt es Ärger mit, mit YouTube und mit Twitch anschließend, ne. Aber ich komme mir mal wie so eine alte Regelwurst vor, weil ich sage, ja, aber wir brauchen jetzt eben diese Regel, falls jemand in den Kommentaren nachfragt, wo kommt denn das Ding her? Weil auch in den Kommentaren, da waren häufig dann diese, diese, ja, Regelquellenunsicherheiten, so will ich es mal nennen, weil man einfach da vom, vom Durchblick her irgendwann komplett auseinander driftete, dadurch, dass ihr aus vielen unterschiedlichen Spielgruppen stammt, die mit diesem Thema, PDF-Wahnsinn, Bücher ohne Ende, äh, ihr geht da alle unterschiedlich mit um und, äh, die Gäste bei uns ebenfalls so und ich glaube, das war dann auch für manche Gäste war das dann plötzlich ein enormer, ähm, ja, ich sag mal, ein frohes Moment, wenn dann klar war, okay, wir haben jetzt gerade nochmal wieder 30 Minuten zusammengesessen und haben sich alle draufgerichtet, in welcher PDF standen das jetzt drin oder doch in der Warmer Community Seite, dass das zumindest in diesem Setting vom Drehen her dem Hauptziel, wir haben Bock mit coolen Gästen eine coole und spaßige Spielrunde zu machen und gleichzeitig dafür oder dabei was zu produzieren, wo ihr Bock drauf habt zu sehen, das war vollkommen am Ziel vorbei, sich durch diesen Käse durchzuboxen und dementsprechend ist das jetzt die neue Regelung. Natürlich versuchen wir die neuesten Regeln immer mit reinzunehmen. Wir werden am Anfang der Videos das auch jedes Mal so erwähnen, ne, das wir das immer machen wollen und sollten wir dann allerdings mal eine Regel nicht finden, werden wir es auswürfeln und dann ist es für beide Seiten auch so okay und dann wird dann halt einfach entspannten Ründchen weiter gespielt. Denn das Spielen und das Spaß haben sollte im Fokus stehen und nicht das gemeinsame Überlegen aus welcher Quelle können stammen und dann alle unterschiedlichen Quellen sammeln, suchen oder sonstiges. Und ich bin mir eigentlich sogar sicher, dass wir dadurch nicht mehr Regeln falsch spielen werden, als wenn wir vorher immer versucht haben, die aktuellsten Regeln zu nehmen, da wir da einfach permanent mit den ganzen Quellen dann auch durcheinander hatten oder wir durcheinander gekommen sind, wo wir dann da gucken sollen und dann plötzlich vielleicht auch noch eine alte PDF oder sowas in Erinnerung hatten. Das ist auf jeden Fall für euch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, denn wir wollen vor allem dafür sorgen, dass wieder der Fun-Teil deutlich in den Fokus gerückt wird und dann kann man zwei Missionsbücher sowie Games Workshops jetzt rausbringen, gut finden oder nicht gut finden, sollten da Regeln drin sein, dann lesen wir uns natürlich durch. Denn wie gesagt, wir versuchen und wollen natürlich eigentlich auch immer relativ up-to-date sein, aber wir wollen uns und auch euch als Herausforderern und euch als Zuschauern nicht mehr antun, dass montags immer über beschissene Regeln gejammert wird, gemotzt wird, denn da habe ich mitbekommen, da seid auch ihr als Community sehr breit aufgestellt von, wir finden das großartig und klemmen quasi übertrieben gesagt jeden Tag an der Walmart Community Page oben aufzusagen, ob da wieder irgendwelche Exploits gerade gebogen werden, bis hin zu Leuten, die sagen, die ganze Community Page mit ihrer FAQ-Sektion, die kann mir gestohlen bleiben. Ich habe hier ein Printmedium und ich spiele auch schließlich danach, was euch allen gemein ist und weswegen wir mit dem Hobby auch angefangen sind und mit dem Kanal angefangen sind und was uns alle vereint ist. Wir wollen mit dem Tabletop Spaß haben und dementsprechend muss das Regelsuchen dann in den Hintergrund gehen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie wir das machen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch dann ankommt und wie viel effektiv wirklich da dann an Regeln vielleicht aus neuen PDFs nicht vorkommen. Vom Grundgefühl her würde ich sagen, wird das nicht so mega einschneidend da sein und wenn dann irgendwie was ist, wie gesagt, jeder Würfelwurf, den wir machen werden dafür, der liegt einfach daran, dass wir irgendwo eine Regel gehört haben und nicht wissen, wo sie herkommt. Also es ist nicht so, dass ihr da befürchten müsst, dass wir oder dann die Gäste anfangen, über so einen Mechanismus dann sich irgendwas herbeizumogeln. Also ich meine, klar, wenn ich mit Stefan spiele, dann sage ich durchaus schon mal, hier, mach, auf einer Eins plus kommt jetzt mein Repulsor wieder mit vollen Lebenspunkten, wenn er tot ist. Wenn Stefan da durchgehen lässt, dann ist das so. Nein, aber das machen wir natürlich nicht bei Gästen und ich bin mir sicher, das machen unsere Gäste auch nicht da. Das heißt, das geht schnell, das geht fix und wir haben endlich wieder alle viel mehr Spaß am Tisch. Und gleichzeitig würde ich euch das ebenfalls empfehlen, denn das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt an die beiden Drehs denke, denke, die jetzt quasi gerade bei mir auf dem Schneidebrett stehen, dann war, waren beide Drehs, obwohl schon vier PDFs mittlerweile rausgekommen sind, unfassbar entspannender und haben viel mehr Spaß gemacht, ohne mich davon, ob jetzt und wer von uns beiden und wie eventuell auf den Sack bekommen hat. Es hat einfach viel mehr Spaß gemacht, denn wir haben einfach gezockt, haben uns kurz angeguckt, was ist denn jetzt? Ah ja doch, da vorne habe ich das gelesen und dann haben wir kurz nachgeguckt, haben wir nicht gefunden, haben wir Würfel geschmissen, weiter ging's, ohne dass wir jetzt beide das Gefühl hatten, dass sowas einschneidend war. Die ersten Spiele in der neuen Edition haben ebenso enorm Spaß gemacht, weil wir da nur nach dem Buch gespielt haben, nicht? Oder ich glaube, bei dem allerersten sogar nur nach der PDF-Datei. Da ist auch nicht alles glatt gelaufen, aber der Spaß, der war da und der Spaß war im Fokus. Und ja, darum soll's gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, machen wir doch mal weiter. Aber das musste zum Thema Bücher gesagt werden und deswegen werde ich auch nicht über die Bücher groß schimpfen, denn einfach mal abwarten und kommt da zu viel geeiere durch die Gegend, dann spielen wir trotzdem noch alle Warmer for Decay und bei den Finessen werden wir dann uns kurzfristig dazu mal austauschen, was wir da in der jeweiligen Situation machen. So, starten wir mal mit einem weiteren System, nämlich bei dem Warcry. Unfassbar lange war die erste Warcry Starterbox ausverkauft. Dann war irgendwann klar, sie ist nicht nur ausverkauft, sondern sie wird auch nicht mehr erscheinen. Und jetzt kommt eine neue Warcry Starterbox mit zwei schicken neuen Fraktionen. Und wenn ich das richtig auf dem Bild gesehen habe, beziehungsweise wenn alle Figuren, die vor allem auf dem zweiten Bild mit dabei sind, mit in der Box sind, dann werden die kleinen Flatterviecher, die man als Monster quasi mitnehmen könnte, hier durch so einen großen, das ist nicht der Traumaturge, der erinnert mich klar an das Kill-Team, ich überlege gerade, war das Elite? Nach dem ersten Kill-Team, jetzt gibt es eine neue Starterbox, aber danach kam ja ein mit der Rogue-Trader-Box der Kampf in engen Korridoren um die Ecke und den scheint jetzt Games Workshop auch in Warcry mit rüber zu nehmen, denn in dieser Box hat man einen, ja gut, jetzt einen Dungeon, einen Katakomben logischerweise, man hat viele Türen drin, das hatte man bei der Rogue-Trader-Box ebenfalls, so wie ihr es hier seht, man kann offensichtlich über Cardboards Lava in die Mitte nehmen, das heißt, ihr rennt nicht mehr über größere, größere Plateaus, sondern ihr rennt durch enge Gänge und ich könnte mir vorstellen, wenn es ähnlich ist wie bei Kill-Team, kann man die Türen öffnen und schließen, was natürlich ganz interessant ist, dass der erste Teil oder der erste Release von Warcry das Gelände sehr stark mit einbezogen hat, dass man mit diesen Ebenen und Fallhöhen gerechnet hat, dass man über andere Sachen drüber springen konnte und so weiter und so fort. Das wird sicherlich in Gängen von Katakomben dann als solche wegfallen, außer vielleicht über die Lava springen, aber dafür kommen wie gesagt die Türen und ähnliche Sachen mit da rein. Ich bin da sehr gespannt, was da rumkommt. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, denn auch wenn wir es auf dem Kanal nicht haben, finde ich so als System Warcry nach wie vor großartig gemacht und freue mich nochmal, dass da, ich sage mal, eine ordentliche Schippe hinterhergelegt wird, denn ich fand es von Games Workshop, ich weiß nicht, ob man mutig sagen kann, aber schon sehr cool, dass man nicht in Age of Siegman klein gemacht hat, sondern ein richtiges Skirmish-System entwickelt hat für dieses Fantasy-Setting. Und dass das jetzt weitergeführt wird, finde ich 1a. Ja, wenn ihr, das hoffe ich doch, Nico, also gerne. Nach wie vor ist es auch so, wenn die Herausforderungen wieder da sind, dann kann auch Warcry etc. herausgefordert werden. Ich bin gespannt, wann es rauskommt und hoffe, dass wir es schaffen, Warcry dann auch in der Katakomben-Edition zumindest für zwei, drei kleine Runden auf dem Kanal zu zeigen, denn Warcry ist in der Regel so ein Spiel, das kann man auch super im Store einfach mal zeigen. Jo, apropos kleine Spiele, beziehungsweise das Skirmish-Spiel nämlich. Necromunda bekommt ebenfalls Zuwachs, nämlich die Orlog-Gang bekommt ebenfalls, so wie beim letzten, letzte Woche schon die Asher-Gang, ist auch für die Orlog-Gang ein zusätzliches Pack angekündigt und mit House of Allen ebenfalls ein neues Buch. Auch Necromunda ist dementsprechend eins von den kleinen Systemen, was kontinuierlich von Games Workshop weiter supportet und entwickelt wird. Und auch das hat durchaus was. Habt ihr schon eine Ahnung, wann man wieder zum Spielen vorbeikommen kann? Leider noch nicht genau, muss ich nach wie vor sagen. Es ist so, vielleicht einfach so vom Laden her, es ist immer so, wenn man ein Ladengeschäft mietet, dann muss man ein Jahr bevor der Mietvertrag zu Ende sagen, ich möchte hier bleiben oder nicht. Und wir haben uns im letzten Jahr dazu entschlossen, nein, die Räumlichkeiten, die werden einfach zu eng. Die die 115 Quadratmeter oben und die 30, 40 Quadratmeter unten, die reichen nicht aus für das, was wir gerne als Spiele- und Spielzeuggeschäft haben wollen. Und auch wie wir unsere Eventfläche haben wollen, denn die soll wachsen. Gut, also haben wir gekündigt, nicht? Und haben dann ein schönes Konzept geschrieben für deutlich größere Hütte. Oder für eine deutlich größere Hütte. Und dann kam Covid. Jo. Wir haben von dem, wie es so läuft, müssen wir sagen, kommen wir sicherlich mit einem blauen Auge davon. Da wird es viel, viel andere, hat es deutlich jeter getroffen. Aber was Planung etc. angeht, ist es natürlich jetzt dadurch deutlich schwieriger. Auf der anderen Seite haben wir da jetzt schon ein bisschen Druck. Das heißt, wir sind tief in der Planung drin, dass wir möglichst fix dann auch Bescheid sagen können, für die auch die Lokal da sind, wo es denn dann hingeht. Denn unser Plan ist schon so, dass A, die Fläche vom Laden her nochmal ordentlich wachsen muss. Unabhängig davon, wie viel Abstand jetzt auch in den zukünftigen Jahren gehalten wird. Weil irgendwann gehe ich einfach mal von aus, dann ist die aktuelle Pandemielage vorbei, weil Medis gefunden wurde, weil man sein Sozialverhalten ein Stück angepasst hat oder was weiß ich was. Und man hat wieder ein normales Ladenkonzept. Also das soll auf jeden Fall deutlich wachsen. Und das ist halt das Schwierige. Wir wollen schon mindestens eine Eventfläche von 70, lieber 100 Quadratmetern haben. Und das alles dann unter einen Hut zu bekommen. Das ist das, worum wir hinter den Kulissen gerade am rumackern sind. Sobald das spruchreif ist und wir da das passende Etablissement präsentieren dürfen, werden wir euch das auch sofort sagen. Und in diesem neuen Etablissement, da wird man auf jeden Fall dann wieder spielen können. Ich glaube, in der aktuellen Spielebude, da ist es nicht wirklich umsetzbar, wenn ihr schon mal da wart. Wir haben zum Beispiel alles, was Sommer angeht, mittlerweile auf dem Bereich vorne außerhalb des Ladens. Ja, ich sag mal ausgegliedert. Das heißt, wir sind vorne aus dem Laden rausgewachsen, während wir hinten auch in die Eventfläche so weit reingewachsen sind, dass es die nicht mehr gibt. Und trotzdem ist es viel zu eng und wir haben nicht die Möglichkeit, aktuell überhaupt einen Spieltisch als solchen passend da hinzustellen. Das werdet ihr auch in einem neuen Video sehen, denn als Store konnte man, wenn man die neue Edition und die neuen Starterboxen schön präsentieren möchte in einer gewissen Größe, dann bekommt man einen großartigen Spieltisch mit dazu bekommen, wo man dann, sobald es wieder passt, auch dann die ganzen Demo-Spiele machen. Und da haben wir einfach diese Papp-Marker drüber gelegt und haben endlich mal wieder oben aus dem Laden und nicht aus dem Lager spielen können. Das war ein Träumscherball. Ja. Eine neue Tapete, ja. Also bei der neuen Tapete, hinten sollte keine Tapete, sondern, ja, einfach den Parkplatz kapeln. Das können wir auch machen, Andi, das stimmt, ja. Die Tapete, eigentlich sollte hinten das Ganze so sein, wie einmal Bombenanschlag und dann vom Astra Militarum quasi so eine Reinforcement-Hütte. Und da sollten dann Bolter und Kettenschwerter auch von der Decke und so runterhängen. Allerdings, die Person, die das kreativ machen wollte und auch so Wand-Tattoos dran machen wollte, die war nett und ambitioniert, aber was das anging, nicht wirklich zuverlässig. Das heißt, das wurde dann nie umgesetzt. Ich selber bin dazu nicht in der Lage und als dann die Hütte vollstand, da haben wir dann auch nicht mehr tapiziert, sondern das jedes Mal so versucht dann zu erklären. Ähm, im Endeffekt sieht's und sah's dann hinten allerdings einfach nur nicht fertig aus. Das ist, das ist schade, das ist nicht das, was wir haben wollen und, ähm, wissen aber fürs nächste Mal ja auch Bescheid. Ja. So. Aber wie gesagt, ähm, boah, da, genau. Die, äh, wir werden zusehen, dass wir es möglichst fix hinbekommen, irgendwie da was, was zu starten, dass man auf jeden Fall wieder starten kann oder dass man spielen kann, denn, äh, wir haben machen oder wir betreiben den Laden A, weil wir auch gerne selber spielen, aber weil wir selber auch finden, dass, ähm, ja, dass es total wichtig ist, so eine Anlaufstelle zu haben, wo man sich ein schönes Stück, ne, wie sag ich es jetzt, das, wo man sich wundervoll vernerden kann. Ja. Einfach, wo man mal hingehen kann, man fachsimple kann, wo man andere Leute kennenlernen kann, die auf, auf das gleiche Zeug Bock haben, ähm, wo man mal was Neues ausprobieren kann, wo man Spielgruppen treffen kann, neu kennenlernen kann, um einfach eine coole Zeit mit denen zu haben und das funktioniert im Moment nicht und das ist, äh, und das können wir im Moment in der Form leider da nicht anbieten aufgrund der, der Räumlichkeit und das geht uns selber enorm auf den Zeiger, denn, ähm, prinzipiell war das und soll das und ist es unser, unser, unser Aushängezeichen, genau, neben dem, dass wir die Spiele erklären können, dass man auch einfach einen Platz hat, wo man, äh, wo man gerne verweilen möchte und, äh, dass wir denen im Moment nicht anbieten können, das, das nagt echt an uns, also wenn ich mir überlege, ähm, was, was bei uns an Einstitten durch die aktuelle Corona-Pandemie am größten ist, dann ist es der Teil, dass wir die Leute, die wir unheimlich häufig und die wir unheimlich gerne im Laden haben, dass wir die kurz winkend durch die Plexiglasscheibe nur sehen können, die unheimlich großartigerweise und bedankenswerterweise immer noch auch zu uns dann kommen, ähm, aber, aber, wo einfach dann logischerweise der Kontakt ein ganz anderer ist, ne, wo du ansonsten mal einen Abend geschnackt hast oder auch eine Stunde geschnackt hast und, äh, in Ruhe dann Kaffee ohne Cola getrunken hast oder anschließend irgendwo noch nach einem schönen Spieleabend in ein Fastfood-Restaurant gegangen bist, das funktioniert alles nicht mehr und, ähm, dieser soziale Teil, der fehlt uns selber immens, muss ich dabei sagen, deswegen hoffe ich, dass wir da fix was haben, wo wir im Laden ansagen können, wie es da jetzt endlich wieder losgehen kann mit den ganzen Spielevents und, äh, auch mit den Yu-Gi-Oh! Turnieren, äh, die stehen dann logischerweise auch netterweise immer noch in den Startlöchern und wir anwenden, geht's endlich wieder los, das ist das gleiche Thema da. Gut, letzte Neuheit, die gezeigt wurde, ist Warhammer Underworlds. Ein System, bei dem ich nicht mehr ehrlicherweise damit gerechnet hätte, dass er noch groß was kommt und jetzt ist, letztes Wochenende sind zwei neue Warbands rausgekommen, jetzt wurde Dire Chasm, eine komplett neue vierte Edition, als Corset angekündigt, dann bekommt Beastgrave noch ein Zusatzboard dabei und das hier scheint dann doch schon ein kleiner Spoiler auf eine Skaven-Warband ebenfalls für Warhammer Underworlds zu sein. Na holla die Waldfee! Da war auf jeden Fall mal Warhammer Underworlds gönn dir Dienstag bei Games Workshop. Nicht schlecht, der Specht, denn, ähm, nach den, na, ich sag mal, nach den, nach den doch recht spärlichen Releases in der Vergangenheit, ähm, hat vor allem Stefan, der, der da viel aktiver beim, äh, beim Underworlds spielen ist als Icke, ähm, hatte der schon die Befürchtung, dadurch, dass ja auch, äh, Warhammer Underworlds als App rausgekommen ist, dass das ein Teil sein wird, was komplett einmal in diesen digitalen Bereich, äh, übergeleitet wird und was dann im haptischen und, äh, im reellen Sinn quasi, äh, ausläuft. Und dann kommt, schwupps, zum Wochenende die Ankündigung, nee, Beastgrave bekommt noch ein bisschen was Neues. Komplett neue Edition. Hier habt ihr gerade zwei neue Warbands und da drüben ist dann Warband 5 quasi, äh, die fünfte neue dann angetriggert, dadurch, dass halt, ja, jetzt die zwei gekommen sind, zwei in der Startbox sind und die Seraphon mit dem kleinen, ja, ich würde mal, zumindest finde ich, sieht er sehr stark nach einem Chamäle und Skink aus, äh, ist damit angekündigt. Jo. Was sind da jetzt hier? So, gut, dass du dir ein Azubi geholt hast. Das sowieso, da ist sowieso, das, äh, war eine, eine großartige Entscheidung, das stimmt schon. Azubi gleich Sklave mit weniger Rechten und mehr Pflichten. Auch, das ist vollkommen richtig, aber mit Mittagspause, ja, zwangsmäßig. Verdammtags. Obwohl wir im Laden selber keine Mittagspause mehr haben. Also wir haben jetzt immer von 10 bis 18.30 Uhr seit dem Lockdown geöffnet, weil wir im Lockdown den, äh, den Taxidienst hatten und, äh, die Beratung über Telefon gemacht haben. Dachten, das ist ja sonst verwirrend, wenn wir da, ähm, eine Mittagspause machen. Und dann wurde es so gut angenommen, dass seitdem gibt es keine Mittagspause mehr bei uns. Nur noch auf dem Papier. So ist es. Gut, gut. Ihr Lieben, ich scroll mich nochmal kurz durch den Chat, up, up, ob ich irgendetwas hier vergessen hab oder ähnliches. Man holt, ja, natürlich, das ist eine gute Idee, Nico, fällt mir hier dann auf, ne, wenn die Imperial Fists einen zweiten riesigen Palast bauen, liebend gerne. Wenn du da Kontakte knüpfen kannst, dann hau mal rein. Aber Essen macht glücklich. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das stimmt schon. Ähm, deswegen machen wir das immer so, das darfst du nie mal mitzählen. Aber das machen immer Chefs so, die stehen oben mit dem Brötchen, und dann krümmelt es runter und dann krümmelt es runter und dann steht der Stift unten und da auch noch. Aus dem Grund bin ich auch auseinandergegangen wie so ein Hefebällchen und der Stefan hat so hart abgenommen. Weil der, äh, äh, nicht? Verdammte Axt, das Bildnis passt auch noch. Unglaublich. Nun denn, bevor ich noch weiter diskreditierendes über mich selber sage und mich dann schäme, wenn ich das Ding für YouTube schneide, gucke ich doch mal, ob ich noch was anderes hier vergessen habe und würde ansonsten sagen, dass ich uns allen eine wunderschöne Nacht wünsche. Ja, der, beide, beide Battle Reports, sowohl für Patreon und Tickets, das werden nämlich, wird, äh, Ultramarines gegen Tau. Ich habe ja am Anfang vollmundig erzählt, ich finde es gut, dass die Tau so viel Abwehrfeuer geben können, ansonsten werden die viel zu schnell bei den kleinen Platten und vieler Deckung vom Tisch gewischt. Das wollte ich doch jetzt mal ausprobieren, ob ich da nicht mich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und habe dann auch noch zum Stefan gesagt, bring doch mal bitte einen Rip-Type mit und habe dabei total offensichtlich nie auf dem Schirm gehabt, dass er ein 2-0-Rustart und beim Überhitzen doppelt so viel schießt und nur eine Mortal Wound dafür kriege ich. Aber egal. Und auf YouTube seht ihr die Death Guard gegen die, äh, Raven Guard vom Stefan, der die Indomitus Box, äh, Box fast einmal fertig hat, abgesehen von den Veteranen, weil die nicht zu der schnellen Armee gehören. Ähm, jo. Und, äh, die kommen auf jeden Fall diese Woche beide noch raus. Ich, morgen sollten die eigentlich fertig, äh, geschnitten sein. Das andere Ding übrigens, was ich jetzt, äh, als letztes nochmal euch als Frage mit in die Nacht geben möchte und wo ich sehr auf eure Antworten gespannt bin, ist, wie spielt ihr im Moment die 9. Edition? Denn, ähm, ihr habt sicherlich gesehen, wir spielen im Moment viele Spiele, auch aufgrund dessen, dass uns das mit dem Social Distancing beim Drehen, ähm, herzlichen Dank, äh, das GX-Universum. Ähm, eventuell ist es euch dazu aufgefallen, wir spielen in der Regel nicht die großen Spiele, sondern, äh, zum Beispiel bei 40k spielen wir im Moment 1000 Punkte mit kleineren, ähm, mit kleineren Armeen. Und selber vom, vom Spielgefühl her hat das einen enormen, schönen und guten Spielfluss als solchen. Ähm, wir haben jetzt noch kein 2000-Punkte-Spiel ausprobiert. Wie zockt ihr im Moment? Zockt ihr die großen schon? Und wie laufen die für euch? Und was wollt ihr da sehen? Denn, ich sag mal beim, ähm, ich kann auch kurz erzählen, was ich als Zeug mit hab bei 1000 Punkten Ultramarates. Ich hab einen Repulsor mit. Ich habe drei Intercessor-Einheiten am Start. Ich habe Reaver am Start. Ich habe einen Chaplain. Ich hab einen Captain am Start. Das sind 1000 Punkte. Und, ähm, Stefan hatte jede Menge Pathfinder und Fire Warrior. Und, äh, ich wollte gerade, ja, den Riptide natürlich, aber wie heißen die anderen Battlesuits? Die mit Meltern so fies sind. Ich vertu mich da immer. Broad Tarts? Auf jeden Fall die. Also auch relativ viel mit. Ähm, und wir waren die ganze Zeit beim Spielen am überlegen, ob 1000, jetzige 1000 Punkte, das neue 2000 sind aus der alten Edition. Ähm, oder Crysis genau, richtig, genau. Postet es mal drunter. Wie zockt ihr? Und wie erlebt ihr die aktuellen Punkteanpassungen dabei? Wie groß werden da eure Schlachtfelder, wenn ihr denn aktuell spielen könnt? Denn, ähm, wie das so vom Bauchgefühl her, wir hatten im Moment noch nicht das Gefühl, dass uns was fehlt, dadurch, dass wir die Punkte, im Vergleich zu dem, was an Zahl da steht, ähm, analog zur achten Edition, dass wir die quasi mit, von 2000 auf 1000 halbiert haben, weil wir immer noch Fahrzeuge und auch größere Blobs mit reinbekommen und das ohne große Probleme. Jo, das ist auf jeden Fall die Frage zum Abend. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir hier mal ordentlich rein. Du nimmst, achso, um 40k ging es gerade, genau, ungefähr so. Ähm, hauen wir hier mal ein Röntchen in den Sack. Ich bedanke mich riesig für eure Schnicki-Schnackis, eure, wie nennt es das, eure Gesprächs, äh, Inspirationsquellen im Chat. So, mein Gott. Äh, ich habe heute vergessen, meinen Ventilator anzumachen. Falls es jemand von euch bemerkt hat, ja, es ist ruhiger vor dem Mikrofon, hehehe, aber es ist tüchtig warm hier. Ähm, postet es auf jeden Fall mal drunter, was ihr da so, an Präferenzen habt bei Spielgrößen. Herzlichen Dank für die Regelteilnahme in den Chat, äh, zu später Stunde, zum, äh, späten Wop-Geflüster, am Montag, in der Nacht. Und in diese mag ich euch jetzt auch nun entlassen und, äh, sag bis zum nächsten Mal im Affein. Weiter morschen. Tschüss.